Warum sollte ich dich verraten? Wir haben alle unsere Geheimnisse. Nur, dass wir deins noch nicht kennen. Die Welt rüstet schneller auf, als wir reagieren können. Wo ist 007? Du musst mir ein Gefall tun, Bruder. Du bist der Einzige, dem ich trauen kann. Die Welt hat sich weiter gedreht, Commander Bond. Sie sind Doppel-Null-Agentin? Seit zwei Jahren. Kommen Sie mir nicht in die Quere. Wenn doch, jag ich Ihnen eine Kugel ins Knie. In das Gesunde. Dachte mir schon, dass Sie sich verstehen. Norman? Bond. James Bond. Sie sind nicht tot. Hallo, Q. Ich hab Sie auch vermisst. Er ist der größte Trumpf, den dieses Land hat. Wenn Sie glauben, die Kontrolle zu verlieren. Nein, ich verliere nie die. Kontrolle. James, du hast alles für Sie aufgegeben. Wenn Ihr Geheimnis ans Licht kommt, wird das dein Tod sein. Was ist das? Du weißt nicht, was das ist. James Bond. Lizenz zum Töten. Ein Leben voller Gewalt. Als würde ich mit meinem Spiegelbild sprechen. Aber Ihre Fähigkeiten sterben mit Ihrem Körper. Meine leben auch noch lange nach meinem Tod. Die Geschichte verachtet Männer, die Gott spielen. Die Geschichte verachtet Männer, die Gott spielen. Die Geschichte verachtet. Der Schuss von Untertitel. Die Geschichte verachtet. Untertitelung des ZDF, 2020